Heyo, willkommen zu News, Neuigkeiten und Leaks. Eine richtig saftige Portion Leaks gibt es nachher. Also wirklich viele, viele gute, positive Nachrichten, was mich sehr freut, die euch dann gleich mitteilen zu können. Wer keine Lust drauf hat, deswegen am Ende der Episode, also die können dann abschalten, die Leute, die darauf wirklich keine Lust haben. Aber ich würde euch empfehlen, dran zu bleiben. Vorher gucken wir uns das mal an. This Week in Star Citizen. Hä? 18. Mai, warum zeigt er uns das? Denn wir sind doch schon einen Monat später. Ja, exakt, deshalb zeige ich es euch. Nur nochmal eine kleine Reminder. Wir erwarten seit einem Monat genau das Squadron 42 Video. Das noch nicht kam. Also einen Monat haben sie jetzt gebraucht, um die Probleme zu lösen. Es kam ja zwischendurch nochmal eine Dings. Das ist jetzt auch gar kein Hate oder irgendwas in der Form. Ich wollte es nur nochmal, nur dass wir es nicht vergessen, danach zu rufen. Wir wollen das. Wir wollen ja die geilen Infos und wir wollen auch das geile Video. Und ich habe auch gehört, im Mai gab es schon mal eigentlich eine fertige Version davon tatsächlich. Also da war irgendwas dann doch nicht so ganz gut. Aber ist inoffiziell. Das ist richtig geil. Sage ich euch direkt. 3.10 war ja für mich in den letzten Wochen, Monaten eventuell sogar, nicht das heißersehnteste Patch. Vor allen Dingen, weil sie ja viele Sachen rausgestrichen haben. Was aber drin geblieben sind, sind eine wirkliche Wagenladung an Verbesserungen für das Flug- und Kampfsystem. Und jetzt, wo ich, auch da war ich noch so, ja, ob es wirklich so krass viel verändert wird. Ja, wird es richtig viel. Wirklich viel. Wirklich gute Sachen, auch meiner Meinung nach. Sachen, die wir lange gebraucht haben, die lange überfällig sind, die jetzt endlich reinkommen. Viele Sachen, an die ich auch, die ich nicht antizipiert hatte, worüber ich mich aber auch sehr freue. Und wir gehen direkt rein. Das ist jetzt nämlich Menge. Und ihr wollt euch das, denke ich, mal anhören, wenn ihr gerne fliegt. Oder wenn ihr zusätzlich natürlich auch noch im Raumschiffen kämpft. Muss ich mich gleich mal äußern hier. Damit es auch richtig losgeht. Also, das erste, was wir sagen können, ist, dass schwächere Antriebe in Atmosphären schwächer sind. Und meine Notizen, ey, nicht schwächere Antriebe sind in Atmosphären schwächer. Alle Antriebe sind in Atmosphären schwächer, das wollte ich eigentlich sagen. Antriebe sind generell in Atmosphären schwächer. Das kann man schon mal über alle Schiffe sagen. Ja, sind einfach nicht so effizient in Atmosphären. Außerdem gibt es für jedes Schiff, für jede einzelne Hülle, eine individuelle Aerodynamik. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel die Reliant. Man denkt zwar, ah, großer Flügel, aber ob der jetzt wirklich so aerodynamisch ist, wissen wir nicht. Vor allen Dingen, weil ja der Körper da auch noch mit ranhängt. Vielleicht lohnt es sich dann, quasi die Fläche noch ein bisschen zu verkleinern und so weiter. Das wird auf jeden Fall alles jetzt demnächst einen Einfluss haben. Und aerodynamische Schiffe werden dementsprechend dann auch wesentlich besser sich in der Atmosphäre handeln lassen. Vielleicht können sie auch wesentlich schneller sein. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch gegeben. Und vor allen Dingen cool wird es für sowas sein wie Wendemanöver. Wenn die Gladius, als eines der aerodynamischsten Schiffe im Spiel, in eine harte Kurve geht, dann wird es eine wesentlich engere Kurve fliegen können, weil es den Windwiderstand zum Bremsen und Drehen nutzen kann. Wirklich eine gute Sache. Bei der Reliant stelle ich mir das zum Beispiel auch geil vor, wenn man irgendwo hinkommt. Und, also die fliegt ja standardmäßig so, so hier, so überkreuz quasi, wenn man so will. Das ist so die Standardflugposition. Und wenn man dann bremsen will, dass man auf diese Position geht und dann wirklich komplett reinsteigt in die Eisen und das Schiff so nach oben zieht, um dann richtig krass abzubremsen. Wenn das endlich so funktioniert, kann man auch mal schön in der Atmosphäre bedeutungsvolle Manöver auch mal machen, um sich zu retten, um bestimmte Dinge auszuführen und vielleicht auch einen Vorteil im Kampf zu gewinnen. Deswegen finde ich das schon mal richtig gut. Und zusätzlich werden auch abgebrochene Teile von Raumschiffen, wie verlorene Flügel, verlorene Thruster und so weiter, die Form des Schiffes natürlich ändern und damit es schwerer machen, das Schiff unter Kontrolle zu halten. Also es wird auch nochmal die Flugdynamik dann ändern und ihr könnt eventuell dann das Schiff auch gar nicht mehr kontrollieren, würde ich jetzt zum Beispiel bei der Reliant vermuten, die auch so schön ihre Probleme hat, wenn man da auch nur einen Teil vom Flügel verliert. Dass man da überhaupt auch nur im Weltall irgendwie fliegen kann momentan, die wird es in der Atmosphäre dann ohne Flügel oder mit einem Flügel weniger absurd schwer haben, denke ich mal. Bis auf sie bekommt nochmal ein paar Verbesserungen, worauf wir hoffen. Sowas wie die Caterpillar wird vermutlich auch ein paar mehr Probleme haben, weil die eine Seite eventuell nicht ganz so aerodynamisch ist, wo das Cockpit-Modul ist, wie die andere, die ja doch irgendwie eine Flügelform hat. Aber müssen wir sehen, es ist so ein großes Schiff, es ist sowieso nicht aerodynamisch, wird sowieso nicht so schnell fliegen können. Wird einen kleinen Unterschied vermutlich nur machen, ich hoffe es auf jeden Fall. Wann 3.12 die Roadmap kommt, kann ich noch nicht sagen, aber ich kann euch sagen, was vielleicht mit 3.12 reinkommt, dann aber bei der League-Sektion machen wir das. Ja, das Mining wird auch noch eine interessante Sache, weil die, zum Beispiel die Prospect-Essen ja jetzt natürlich nicht so aerodynamisch. Es wird halt einfach schwieriger, es wird nicht unmöglich gemacht, aber wir kommen gleich noch zu ein paar Punkten, die zum Beispiel das Hovern dann schwieriger machen könnten. Nicht unbedingt für die, komme ich gleich zu, komme ich gleich zu. So, auch Schaden an Thrustern kann dazu führen, dass ihr natürlich dann kaskadenmäßig Systemausfälle habt und ungewolltes Verhalten damit provoziert. Also wenn jetzt irgendwie ein Thruster ausfällt, fliegt sich das Schiff anders, in Atmosphäre kommt das natürlich nochmal 10 Mal mehr zu tragen, wenn es irgendwie ein wichtiges Teil ist. Ähm, außerdem sollen die, wie haben sie es genannt, dieses System, oder diese Art, hier, Jerk, ein Wort, das man eventuell oft aus einem anderen Zusammenhang kennt. Es bedeutet einfach nur, eure Thruster reagieren langsamer auf Änderungen des Schubes. So habe ich es verstanden. Das bedeutet nicht, dass euer Schiff weniger wendiger ist oder so, aber wenn ihr den Schubregler jetzt nach unten setzt, dauert es länger, bis das Schiff diesem Wünschen nachgekommen ist und den Schub runter geregelt hat. Das heißt nicht eure Geschwindigkeit, nur den Schub, den der Thruster an sich ausgibt, in die entsprechende Richtung. Und dadurch fühlen sich Schiffe ein bisschen gewichtiger an. Ohne, aber ohne quasi an der Manövrierbarkeit zu schrauben. Also, nicht, eine Aurora wird sich jetzt nicht auf einmal fliegen wie eine Starfarer deswegen. Im Gegenteil, aber ihr werdet trotzdem das Gewicht von der Aurora an sich, die ja trotzdem ein schweres Schiff ist, es ist ein kleines Schiff, aber es hat ja trotzdem ein Gewicht, das werdet ihr vermutlich eher besser zu spüren bekommen. Ich drehe mal kurz hier mein Zettelchen um. Genau, Atmosphärenkämpfe und Raumkämpfe sollen die sich jetzt massiv unterscheiden. Sie sollen sich komplett anders anfühlen, was sehr gut ist. Weil, und das ist auch einer der Gründe dafür, warum sie das machen wollen, dadurch halt die Schiffe, die für Atmosphären ausgelegt sind und deswegen vielleicht Flügel haben, besser in der Atmosphäre dann auch kämpfen, Vorteil gegen Schiffe haben, die Flügel aus Gewichtsgründen oder sonstigen Gründen einsparen, was im Weltall komplett dann egal ist. Aber sobald sie in der Atmosphäre kommen, gleichen sich die Machtverhältnisse aus, kennen sich um, je nachdem kommt natürlich darauf an, welche Schiffe man da miteinander vergleicht. Aber wenn ich jetzt einfach daran denke, ihr habt auf der einen Seite eventuell die Harrod mit ihren Miniflügelchen und auf der anderen Seite habt ihr eine M50. Wenn wir die M50, ja gut, die hat auch jetzt schon, ihr versteht, was ich meine. Was wäre ein besserer Vergleich? Ich überlege gerade in meinem Kopf nach einem Fighter, der nicht ganz so aerodynamisch ist, aber die haben so gut wie alle zumindest Flügel dran. Man könnte sagen, die Hornet, Gladius, die sind zwar auch im Weltall massiv unterschiedlich mit dem Handling, auch jetzt schon, aber die Hornet ist ja doch ein bisschen, hat ein bisschen mehr Bulk. Genau, das bietet Solid-Dicted schönes taktisches Potenzial, auf jeden Fall. Ja, ich hoffe auch, Recycling generell, Salvaging und so weiter wird gut. Außerdem wird Straving in Atmosphärenflügen dafür sorgen, dass eine gewisse Instabilität reinkommt. Also ihr könnt nicht einfach wie im Raumkampf, wo man ja auch mal zur Seite straft und auch nach oben und unten. Das heißt, glaube ich, eigentlich im Fachbegriff nicht Straving, aber in Star Citizen ist es so beinahmt. Also oben hoch runter straven, links rechts straven, halt straven. Ihr wisst, was ich meine. Ich soll einmal deppen laut Modman, okay. Dann bricht das natürlich mit der Aerodynamik. Wenn ein Flugzeug auf einmal 2 Meter nach links oder nach rechts fliegen will, dann bricht das auf jeden Fall den Luftstrom ab. Und das werdet ihr dann auch zu spüren bekommen. Also das wird nicht so einfach sein dann. Und das wird halt für eine gewisse Instabilität sorgen. Das heißt nicht, dass ihr es nicht machen könnt. Das bedeutet einfach nur, dass es schwieriger wird. Genau. Außerdem, das haben sie ja mit Highspeed-Combat. Was, was ich immer gesagt habe, Highspeed-Combat? Das mag ich nicht. Also, dass sie den Speed aus dem Combat rausnehmen wollen. Weil es auf der Roadmap ist Highspeed-Combat und die Bedeutung davon war, wir machen Highspeed-Combat kacke, damit die Leute mal wieder näher kommen. Jetzt nur mit der Zeit, muss ich sagen, mit den Sachen, die sie erklärt haben. Es kann was werden. Weil dadurch quasi die Kämpfe wirklich wieder näher aneinander gebracht werden sollen. Man soll wieder die anderen Schiffe mehr sehen. Und ja, es nervt auch mich, dass wenn man in einen Dogfight geht, man nur aneinander vorbeirauscht. Mit Riesengeschwindigkeiten und schwuppsiwupps ist der andere schon wieder am Horizont und man schießt auf irgendwas Kleines, was da ganz weit weg ist. Das sieht visuell nicht so geil aus, macht nicht so viel Spaß. Was dann vielleicht doch mal wieder ein bisschen näher zusammenkommen. Das soll zum Beispiel dadurch erreicht werden, dass bei höheren Geschwindigkeiten Waffen nicht so schnell schießen oder Schilde nicht so stark sind. Überlegen Sie noch ein bisschen. Und dass auch einfach eine höhere Energiesignatur da ist. Das heißt, man kann leicht und schnell erfasst werden, kann selbst aber nicht so leicht und schnell erfassen. Und damit wird man dann halt eher gezwungen, ja, ich bin mal lieber ein bisschen langsamer, dafür funktioniert bei mir alles richtig. Und ich habe vielleicht noch eine niedrigere Energiesignatur und so weiter. Abend, Keule. So. Außerdem werden die Schiffe, bei denen das geplant ist, früher oder später jetzt noch animierte Teile enthalten. Bedeutet folgendes. Durch das System wird ermöglicht, dass eben Schiffe wie die Reliant jetzt beispielsweise, das wäre eine Art von animierten Teil, dass sich diese Bewegung macht, dadurch ihre Flugeigenschaften ändert. Aber die Reliant hat auch noch diese kleinen Flügelchen hinten dran. Oder die Hawk hat ganz viele Flügel. Und die sollen dann eben animiert werden, sodass sie den Flug unterstützen. Das bedeutet, diese Schiffe werden im Zweifelsfall dann einen kleinen Vorteil dadurch bekommen. Und ich kann mir das auch sehr gut bei den Giant-Schiffen vorstellen. Zum Beispiel dem Scout, der... Nicht San Takayai, das war der... War nicht der Scout, das war der Fighter. Leute, helft mir auf die Sprünge. Wie heißt nochmal der Scout? Der... Oh Mann. Ich mach erstmal weiter. Äh, hoffentlich schreibt ihr's gleich noch. Sonst hängt mir das die ganze Zeit im Hinterkopf. Ähm, genau. Diese Teile werden... Dieses neue System, was sie haben, ermöglicht eben, diese animierten Teile irgendwann reinzubringen. Das zählt auch für diese... Ihr kennt es von Flugzeugen. Diese kleinen Klappen, die sie haben, mit denen sie die Höhe steuern, Abstieg, Aufstieg und so weiter, ob sich drehen und so weiter. Das wird sowas wie die Gladius, wird das bekommen. Und kann das dann auch tatsächlich physikalisch basiert nutzen. Komplett Overkill. Man könnte auch einfach sagen, wir animieren sie jetzt schon. Und dadurch, der kriegt sie einfach einen Boost im Drehen oder im Wenden und so weiter. Das wäre, glaube ich, die Kosten, die Physikberechnungskosten und die zeitsparendste Lösung. Aber, das ist nicht der Weg von CIG. Und dafür lieben wir sie ja auch ein bisschen, dass sie auch manchmal über die Stränge schlagen. Ähm, der Name von dem Scout, von dem Shian Scout. Er fällt mir gerade einfach... Katoal! Die Katoal. Jetzt ist mir eingefallen. So. Also, man soll im Weltall dabei stehen geblieben und auch natürlich in der Atmosphäre dementsprechend näher beieinander sein. Wesentlich näher. Und obwohl... Also, sie verbieten einem nicht, schnell zu fliegen und schnell zu kämpfen. Aber es wird Vorteil haben, nahe zu kämpfen, was dafür sorgt, dass man coolere Manöver macht, als immer nur aneinander vorbeifliegen. Und dann eventuell, naja, so Boom-and-Zoom-Taktiken zu fahren. Was man immer noch machen kann, was bei einigen Schiffen natürlich die präferierte Taktik ist, ja, weil die einfach sehr, sehr gut damit sind. Zum Beispiel die Sabre. Ranfliegen. Einmal einen Schlag mitgeben. Wegfliegen. Weil sie hat gut Schilde, kann also ein bisschen was einstecken. Ist dann weg. Der Gegner verlässt... Der Gegner verliert die Zielerfassung. Hallo, Shadow. Was geht ab? Danke für den Host. Und dann ist sie wieder weg. Alles wird, denke ich mal, trotzdem noch möglich sein. Wäre sonst sehr, sehr... Wäre sonst sehr, sehr schade für die Schiffe. Wie zum Beispiel auch die Polaris, die ja auch durchaus so eine Taktik fahren kann. Oder die Eclipse, die auch dafür da ist, nicht im Kampf lange zu bleiben, sondern einmal hin und wieder weg. So. Genau. In Atmosphäre. Wie wird das jetzt in Atmosphäre sein demnächst? Wenn wir in Atmosphäre fliegen und hovern. Hover-Mode kommt erstmal nicht zurück. Ihr braucht euch keine Sorge machen für die, die es nicht machen. Ich trinke mal ein Stück von meinem leckeren Tee. Aber Momentan ist das ja so, wir hovern und so wird es auch dann bleiben. Oft nicht mit VTOL-Thrustern, wie es... Oder durch Auftrieb von... Äh... Von der Aerodynamik, die vom Schiffflügel quasi erzeugt werden. Sondern wir hovern durch die Benutzung von Manövrierdüsen. Die sind aber eigentlich nur dafür da, kurz... Kurz mal richtig zu ballern, um die Richtung zu ändern. Oder Kurse anzupassen. Nur mal kurz. Und den dauerhaften Antrieb bieten eigentlich Haupt... Haupttriebwerke und VTOL-Thruster. Für die Schiffe, die keine VTOL-Thruster haben und auch für alle anderen, die sie vielleicht nicht benutzen, wird es dann so sein, dass diese eigentlich nur für kurze Zeit anzuwerfenden, äh... Das gilt auch für die Gladius. Wenn die Gladius, solange die gerade ausfliegt, und, äh... Solange die gerade ausfliegt, wird die Auftrieb haben. Natürlich einfach wegen der Aerodynamik. Wenn die aber stehen bleibt, kann die halt nicht ewig im Helikopter-Modus bleiben. Sondern sie sollte sich dann halt lieber bewegen. Das wird cool, das wird eventuell dafür sorgen. Ihr kennt es vielleicht aus... Äh... Aus Star Wars. Wenn die TIE-Fighter Bodenziele angreifen, dann havern die ja auch selten da. Sondern die fliegen halt, machen eine lange Wendung, weil TIE-Fighter so eine lange Wendung machen müssen. Die haben nicht so die schnellste Wendekurve. Fliegen einmal drumrum, machen einen Angriffssflug, fliegen wieder weg. Man kann trotzdem, man hat die Möglichkeit vermutlich immer noch... Ähm... Nicht vermutlich, man wird noch die Möglichkeit haben zu havern. Man muss ja eventuell noch irgendwo mal landen. Aber man kann nicht mehr einfach 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten vor irgendwas davor havern mit dem Schiff und dann draufziehen auf irgendeinen Eingang, sondern man muss dann wegfliegen. Äh... Bis auf, man hat ein Schiff mit VTOL Thruster. Wie zum Beispiel die Valkyrie geben sie als Beispiel an. Die hat ein VTOL Thruster, die ist perfekt für Atmosphärenflug dann geeignet, weil sie sich einfach lange in der Luft halten kann. Auch die Terra Pin kann im VTOL Modus gehen und auch die Mining-Schiffe haben den VTOL Modus. Und damit komme ich drauf, Mining wird also trotzdem noch gehen. Trotzdem, wenn ihr Treibstoff sparen möchtet, gewöhnt euch gleich an, einfach vor dem Felsen zu landen. Wenn ihr es euch traut, äh, das... Weil ihr wollt natürlich auch nicht da stehen bleiben müssen, wenn das Ding dann doch mal explodiert. Aber wenn ihr gut genug seid und wisst, das explodiert jetzt nicht, weil ich es fantastisch steuern kann und weil ich meine Sachen alle aufgeladen habe, meine Usables, dann setzt man sich einfach davor und kann den Laser ja trotzdem frei bewegen und los geht's. Und man spratzt sich den Treibstoff fürs Havern. Ähm, momentan, vor allem auf Monden, ist es noch nicht so wichtig. Aber vielleicht wird es irgendwann mal wichtig. Mal auch mal auf Treibstoff ein bisschen zu achten mehr. Äh, wenn man da auf eine Mining-Tour geht. Und auch sonst. Und auch sonst. Später werden dann vor allen Dingen, wird dann nochmal an den G-Kräften gearbeitet, die auf die Piloten wirken. Das bedeutet nicht, dass ihr in einem Multicrew-Schiff rumgeschleudert werdet. Leider bedeutet das noch nicht. Aber, das bedeutet, dass sie nochmal Wert darauf legen, dass man auch selbst darauf achten muss, dass man sich jetzt selbst nicht ausknockt, Blackout hat, Whiteout hat. Äh, ich erinnere mich noch sehr gut, dass das eine ziemlich gute Sache war damals. Äh, es war glaube ich noch 2.4, vielleicht sogar noch früher. Noch das ganz alte Flugmodell. Da kam's, da war's ein großer Skill, dass man einfach darauf geachtet hat, dass man im richtigen Moment sich so rumdreht, dass man vom Blackout und zwischen Blackout und Whiteout schwankt. Quasi zwischen den beiden, äh, und unser Redout, Redout, so war das nicht, Whiteout. Blackout und Redout. So, das eine zu viel Blut in den Kopf, das andere zu wenig Blut in den Kopf, zu viel Blut in den Füßen oder Beinen. So, da ist das Blut immer hin und her und man musste darauf achten, dass man sich bei den hohen Geschwindigkeiten und hohen Gehkräften immer richtig, äh, ausrichtet. Das ist auch jetzt noch drin im Spiel, aber, habt ihr da drauf geachtet in letzter Zeit? Ich nicht. Also ich, bei keinem Kampf ist das irgendwie großartig zum Problem geworden. Einmal, als ich bei einer Prowler mitgeflogen bin, lustigerweise, da war ich hinten in so einem, äh, da stand ich einfach drin, in diesem Schiff, so in dieser, wie nennt man das, mit diesem Über, übergestell, mit diesem Gestell, stand ich drin, äh, quasi als, äh, Truppe zum, zum Abwerfen, oder zum Abspringen bereit, äh, und da, als der Pilot ein paar Manöver geflogen ist, da ist mir dann doch mal das Blut in den Kopf gestiegen und so weiter. Amt Freeze, bist du ja doch noch da. Sehr gut. Der Achterbahn sitzt, genau. Hot Seed, genau. Oder Drop Seed? Egal, auf jeden Fall, deswegen ihr wisst, was ich meine. Ja, und daran wollen sie nochmal arbeiten. Ich hoffe, dass, dass dann wieder mehr Skill darin involviert ist, dass man auch mal darauf achtet, wie rum das Schiff gerade bei welchem Manöver platziert ist. Und das ist dann natürlich auch nochmal ein großer Vorteil, wenn sich ein Schiff schnell drehen kann, schnell rollen kann. In der Atmosphäre natürlich auch, ist das auch ein Vorteil, um engere Kurven besser fliegen zu können, um dann tatsächlich sich so in die Kurven reinzulegen und so weiter. Also ich, ich sehe da auf jeden Fall eine ganze Menge Potenzial. Außerdem, äh, sagen sie, dass man zum Beispiel dann auch mal, beim, jetzt kommt es auf Multicru an, äh, dass man irgendwann mal als Multicru-Mitglied sowas wie Feuer löschen oder Energie umleiten muss. Ja, freuen wir uns drauf, wenn das mal kommt, aber das, äh, das sollten wir uns noch nicht zu weit erwarten. Ähm, an dem Zeitpunkt habe ich dann aufgeregt, mir nur die zu machen, weil es relativ allgemein wurde hier und weil ich mir die Sachen dann auch gut merken konnte, die jetzt hier so kommen. Bei dem vor, das davor war alles sehr viel, sehr viel Neues. Jetzt kommen auch ein paar neue Infos, äh, aber bei weitem nicht so viel und welche, wo, wo ich auch mal ein bisschen hiervon ablesen kann, weil es gut aufgegliedert ist. Denn es gibt auch Improvements für Törme. Yes, endlich. Und die hören sich gut an. Aber nicht nur für Törme, sondern auch für fixierte Waffen. Und sie schreiben hier, also ihr habt jetzt kein Gimbal Assist, sondern ihr habt jetzt automatisch ein Fixed Assist mit drin und der wird eigentlich folgendes machen. Ihr braucht immer noch ein Prätz, müssen immer noch präzise Zielen schreiben sie, aber er wird schon ein bisschen dafür sorgen, dass die Waffen in die richtige Richtung feuern. Ja, so quasi nochmal das letzte bisschen, ja komm mir her, komm mir ein bisschen verzeihen, komm, ich schiebe mir auch mal die Kugel ein bisschen da nach drüben. Ähm, und außerdem haben sie auch dafür gesorgt, dass der Pip jetzt anders berechnet wird. Und zwar wird er jetzt komplett basierend auf der Geschwindigkeit des anderen Schiffes berechnet. Ich bin mir gar nicht sicher, wurde da vorher noch die Beschleunigung mit einberechnet oder was genau hat dafür dann gesorgt, dass das so kompliziert wurde. Weil eigentlich, ja, Geschwindigkeit, in welche Richtung fliegt das Schiff, wie schnell, wie weit muss ich vorhalten? Es hört jetzt auf zu tüttern. Das ist auf jeden Fall das, worauf wir uns freuen. Es wird präziser damit. Präzise Zielen, also nix für Raising. Ja, ich brauch keinen. Also, ich weiß ja nicht, wie es mit euch aussieht. Aber ich hab, ich hab vor, äh, einer ganzen Weile hab ich fixed gespielt und brauchte keinen Aim Assist. Dass der jetzt kommt, egal. Come on, Leute. Ich mein, man kann sich da jetzt drüber aufregen, dass jetzt fixierte Waffen auch nochmal einen Aim Assist bekommen. Es ist halt gerade die Spielrealität. Es funktioniert nicht ganz so gut, solange man immer noch ein bisschen Skill braucht, um da auch wirklich die Ziele zu landen und es nicht wie ein Gimbal Assist ist, ähm, dass man da eigentlich wirklich nur ganz, ganz grob in die Richtung machen muss. Dann finde ich, ist das ein guter Ausgleich. Dann finde ich, ist das ein guter Ausgleich. Ähm, wo ich auch sagen muss, Gimbal, der Vorteil bei Gimbals war ja einfach, dass man wirklich komplett frei kontrollieren kann, wo man hinschießt. Das kann man jetzt auch noch, aber es ergibt keinen Sinn mehr, weil man ja einen Aim Assist hat einfach. Und entscheidet man natürlich an. Und man benutzt nur noch in den seltensten Fällen tatsächlich wirklich das freie Zielen, warum Gimbals ja eigentlich cool sind, so weil man die Waffe frei bewegen kann, frei ausrichten kann. Und dann wirklich, ich erinnere mich, wie man früher ganz präzise auf irgendwelche Dinge geschossen hat mit Gimbal. Und mit Fixed hat man einfach versucht, das zum Beispiel den Piloten rauszuschießen. Und mit fixierten Waffen konnte man das auch probieren, aber man konnte vor allen Dingen auch einfach mal draufhalten. Egal, worauf ich hinaus will. Hauptsache, es wird besser. Und es funktioniert jetzt wieder und macht Spaß für alle. Das ist es eigentlich. Und es ist halbwegs natürlich auch ausbalanciert. Genau, eigentlich fehlt nur noch das Starmadbury Rework. Ich weiß nicht, ich warte erstmal, ob der Bartender auch wirklich gut ist. Dann sage ich, dass er das rauskommen kann. Ich bin mir gar nicht sicher, kann man vorne eine fixierte Waffe an die Avenger dran packen? Ich weiß es gerade um echt zu sein nicht, aber wenn, dann wird auf jeden Fall, da wird mal schön dran gekloppt an Waffen. Also 2,6,3 und eine S4, das ist ordentlich bewaffnet dann für die Avenger. Definitiv. So, aber, was können jetzt Turret Gunner machen? Eine ganze Menge, ganze Menge Verbesserungen. Ja, test das mal. Sehr gut. Erstmal, Virtual Joystick Deflection. Keine Ahnung, was genau das bedeutet. Turret ESP, Changeable Turret Velocity Limiters und die Fähigkeit automatisiert mit einem Tastendruck den Turm wieder in die Standardausrichtung zu bringen. Also zu zentrieren. Ja, das sind alles Sachen, wo ich halt jetzt nicht sagen kann, ja, das wird auf jeden Fall dafür, das wird auf jeden Fall dafür. Ne, wir probieren das aus, wenn es im Spiel ist. Bis dahin sind das für mich einfach nur Schlagworte, die ich nicht verstehe, weil ich zu dumm bin und mir einfach nicht merken kann, wofür ESP steht. Ihr verzeiht mir das hoffentlich. Wir probieren es alles aus, wenn es im Spiel ist. Definitiv. Aber es wird, oder es soll dafür sorgen, dass man wesentlich besser auf Ziele auch tatsächlich schießen kann. Natürlich auch zusammen mit dem neuen generellen Targeting, mit der neuen Überarbeitung des Targetings. Außerdem planen sie in der Zukunft irgendwann dann auch Ziele von Piloten an Turret Gunner zu übergeben. Also dass man generell innerhalb eines Schiffes sagen kann, wir schießen jetzt da drauf. Und es wird auch die Möglichkeit geben, mehrere Ziele zu erfassen. Was sehr geil ist. Ich habe da überhaupt nicht dran gedacht. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das wichtig wäre. Aber als es mir dann mal bewusst geworden ist, passt auf, folgendes Beispiel. Mehrere Ziele erfassen, was bringt das? Du kämpfst gegen vier Buccaneers. Gleichzeitig. Du hast, du, du, wie siehst ein Ziel an, das Ziel fährt rum. Ein anderes kommt um die Ecke. Jetzt musst du das wieder an, anvisieren. Okay, jetzt kannst du da drauf schießen. Und dann musst du immer wieder rum. Dann hast du vielleicht ein langsameres Schiff, ziehst du wieder rum. Die nächste Buccaneer kommt vorbei. Musst anvisieren, bis dahin ist sie schon wieder weg. Und wenn du mehrere Ziele erfassen kannst, alle vier gleichzeitig, kommen die rum, du hast direkt den Pip drauf geballert. Kommt rum, drauf geballert. Und außerdem kannst du vielleicht auch die Position besser tracken. und es wird auch so sein jetzt in 3.10, dass man Schiffe nicht mehr erfassen muss, um aktiv erfassen muss, um Informationen über die zu halten. Du guckst drauf, kriegst die grundlegende Information. Geil. Wenn du jetzt aber dich entscheidest, ein Ziel zu erfassen, bekommt diese Person die Möglichkeit, also erstmal bekommt sie angezeigt, ey, du wirst gerade von dem erfasst und derjenige bekommt die Möglichkeit, dich direkt zurück zu erfassen. Das heißt, man kann wirklich sehr, sehr frühzeitig erkennen, ah, warte mal kurz, der hat doch was Böses vor da. Und kann direkt denjenigen auch mal überprüfen und gucken, warum er ihn denn bitte schön erfasste. Was soll das denn? Ein bisschen problematisch sehe ich das natürlich für Stealth-Schiffe. Zum Beispiel die Eclipse, die sich eventuell irgendwo zwischen Asteroiden versteckt. Und dann schaltet sie ein Ziel auf und das Ziel so, ich bin immer weg. Ciao. Ich fände es cool, wenn es da eine Möglichkeit gäbe, auch das zu maskieren, quasi. So, was vielleicht ein bisschen Skill, ein bisschen Training und auch die richtige Ausrüstung erfordert. Aber das, das kommt schon noch, das kommt schon noch. Das werden sie, dieses Feedback werden sie vermutlich von Besitzern von Stealth-Schiffen dann bekommen, die eventuell ihre Ziele überraschen wollen. Oder Retaliator ja ebenso. So, einmal Wasser Marsch, einmal Haltung annehmen und zweimal Workout. Oh Mann, Leute. Ah. Abend Rafter. Habt ihr das kampfmäßig verpasst, oder? Ein bisschen was hast du verpasst. Aber es kommt noch, kommt noch eine Menge. Und noch ein Workout. Okay, machen wir jetzt 30. Eins, zwei, drei, vier, 40, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, eins, zwei. Leute, das ist nicht euer Ernst 60. Ich pausier mal für die YouTube, Leute, aber ihr seht mich gleich, wie ich kaputt bin. Okay. Musik wieder aus. Und zweimal Wasser Marsch. Gott, das mach ich doch gerne. Ja, aber lustigerweise habt ihr immer noch nicht die 100 am Stück bekommen, weil jemand schon vor, kurz bevor das Video losgegangen ist, schon zehn genommen hat. Er hat schon Workout abgefeuert, deswegen kommt ihr heute nicht auch ganz auf die 100. Wie ist das mit dem Pip und mit dem Verfassen aus dem Sichtfliegen? Was hast du gesagt? Ich bin gerade reinbekommen, hab's nicht mitbekommen. Ich erklär's nachher dann gerne nochmal. Jetzt mach ich das mal, mach ich das mal weiter. Okay, er hat mir eine Frage gestellt. Ich erklär's danach, aber für die YouTube-Zuschauer wäre es jetzt doppelt. Deswegen erklär ich dann, erklär ich dann nochmal gerne alles. Ganz in Ruhe, können wir dann nochmal besprechen. So, hier erklären sie nochmal das, was ich schon mal erzählt hatte eben. dass eben schnellere Geschwindigkeiten bestrickt geringt werden und sobald man unter den Space Combat Maneuver Speed kommt, SCM Speed, das ist die rote Linie, dann ist alles okay. So, was erreichen sie mit den Änderungen? Es ist eine wichtige Stufe natürlich, dass Türme funktionieren für Multicrew und auch generell, damit das ganze Combat System einfach mehr Spaß macht und toller wird und fantastischer wird. Und ich meine, es ist super wichtig. auch für Squadron 42, natürlich, da fliegt man sehr viel, auch vermutlich viel, auch öfter mal in Atmosphären und so weiter. Also, ich freue mich da, ich freue mich da wirklich sehr drauf. Je länger ich darüber nachdenke, wird 3.10 vermutlich, egal was noch kommt, dieses Jahr mein Highlight Patch, denn so eine große Überarbeitung des Flugsystems hatten wir jetzt schon eine Weile nicht mehr und vor allen Dingen keine, wo ich gesagt habe, das geht mal einen ordentlichen Schritt in die richtige Richtung. Genau. Das mit den Kapazität, äh, äh, Kapazität, mit den Capacitors, habe ich noch nicht ganz verstanden, dass, dass man bei Waffen und Thrustern darauf achten muss, wann man die Kapazität, Kapacitors einsetzt, weil, Kapacitors sind ja eigentlich, ähm, sowas wie auf, auf einfach elektrischen Schaltkreisen, sind die einfach da. Die laden sich ja nicht extra auf oder so, aber ich kann mir halt vorstellen, dass man die dann eventuell auflädt oder dass die nicht übersteuern dürfen, da müssen wir dann mal gucken, äh, wie das dann wird. Äh, was, was ja auch noch mal eine coole Sache ist, ist das hier. Sie wollen nämlich, dass kleinere Schiffe in größeren Schiffen nicht sichtbar sind. Und dann denkt man sich jetzt erst mal, hä, warum braucht man das denn? Also, ja, okay, cool, kann ich verstärken, äh, kann ich verbergen, wie viele, äh, Gladius in meiner Idris gerade stationiert sind. Man will ja auch nicht alle Informationen in den Feind geben, im Zweifelsfall. Aber es kann auch dafür sorgen, dass man eben keine Schiffe mehr erfassen kann, im Generellen, wie die Pisces, äh, die eventuell in der Carrick ist. So, warum muss irgendjemand draußen wissen, dass ich eine Pisces in meiner Carrick habe? Vielleicht, wenn man da einen Tiefenscan macht, ja, natürlich, das wäre schon cool, wenn man es dann rauskriegt, aber so im Generellen ist das nur ein Ziel mehr, dass die Sicht verdeckt. Weißt du, das ist in der Zeit. Und man kann eventuell nicht mal drauf schießen, weil die Kanga-Türen sowieso zu sind. Sobald sie aufgehen, kann man es ja vielleicht sehen, ja. Also, ach, ja, ich meine, ich freue mich auf die Star Runner. Ohne, ohne, und ich sage gleich noch ein paar mehr Sachen, worauf ich mich noch freue. Ah, ja, ja, da kommt noch was dieses Jahr. Aber, Flugmodell zieht sich durch alle Schiffe durch, auch die Carrick, die ich ja schon habe. Also, Flugmodell ist so immens wichtig. Und lange Zeit haben wir gesagt, Sergi kümmert euch um das Flugsystem. Jetzt machen sie es endlich, da sollten wir es auch respektieren und sagen, geil, das scheint in die richtige Richtung zu gehen. Und sie fassen ja auch nochmal alles gut zusammen, wie es in die richtige Richtung geht. Richtig gut. Und was ich hier auch nochmal schön finde, ist das Statement, ey, wir wollen nicht, dass sich das anfühlt wie ein First-Person-Shooter im Weltall einfach nur. Sondern es soll Strategie mit rein. Es soll Taktik mit rein. Man soll wirklich über die eigene Positionierung nachdenken. Muss man auch bei First-Person-Shootern, ja. Aber letztendlich, wenn man in einem Raum ist, zielt man aufeinander, schießt aufeinander. Und da soll es halt mehr ums, umeinander kreisen gehen und so weiter. Und wie man sich, wie man tatsächlich auch die Schiffssysteme benutzt und so weiter. Das gehört alles mit zur Strategie. Also es wird wesentlich komplexer, wesentlich komplexer werden als jetzt, wo es eigentlich wirklich, momentan ist es nur ein First-Person-Shooter in Space. Vielleicht hat man mal eine Deckung irgendwie mit einem Asteroiden, aber in der Regel sieht man sich einfach klar, läuft um sich rum und schießt. Jaja, ich meine, das ist ja auch okay. Die Carrick hat ja auch nicht jeden gereizt. So. Aber für viele ist die Star Runner halt der Millennium Falcon. Das, was viele Schiffe wurden immer diskutiert, das ist der Millennium Falcon von Star Citizen. Das ist der Millennium Falcon. Millennium Falcon ist eigentlich das Falscheste, was man sagen kann. Englisch und Deutsch gemischt. Entweder Rasender Falcon oder Millennium Falcon. Entschuldigt für, Entschuldigt für, für meine, das sagen viele. So. Also der Rasende Falcon in Star Citizen. Denn die Constellation war ja mal vermutet, oh, das ist der Rasende Falcon in Star Citizen. Dann die Freelancer, ja, das ist der Rasende Falcon. Also nee, auch nicht so ganz. Beide nicht so ganz. Und jetzt kommt aber ein Schiff, was zumindest formtechnisch schon mal eher in die Richtung geht. Was einen Holo Table hat, einen Schach-Holo Table oder was auch immer. Und ich meine, Data Running ist jetzt nicht das Spezialgebiet vom Rasenden Falken. Aber Running schon. Es hat viele Features. Es hat eine Rampe, mit der man reingeht. Und ja, warum eigentlich nicht? Ich hoffe ja immer noch ein bisschen, dass sie einen sekundären Ausgang bekommt. Aber ich glaube, sie behält einen. Das ist nur schade. Die Freelancer hat zwei Ausgänge. Die Constellation hat zwei Ausgänge. Zum Boden hin. Ich rede immer von Ausgängen zum Boden hin. Ansonsten haben die beiden Schiffe mehr. Und die Mercury hat ja nicht mal eine Docking-Luke oder sowas. Also wäre schon cool, wenn sie wenigstens noch einen kleinen Lift irgendwo bekämpft. Irgendwo einen kleinen Lift rein. Ich weiß nicht. Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. So. also es kommen noch Sie reden noch von ganz vielen anderen Änderungen, die jetzt aber nicht fest sind für 3.10. 3.10 wird aber wie gesagt eine ganze Menge gute Sachen bringen. Und jetzt kommen wir noch zu einer ganze Menge anderen Sachen. Erstmal dieses Banner was mich komplett nervt mittlerweile, weil ich so viele Unterseiten mal aufmache für hier unsere Besprechungen und auch einfach so, weil ich irgendwas gucken will. immer geht dieses Banner auf. Das ist wirklich nervig. Also es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht wegklicke oder so. Ich bin ich bin auch angemeldet. Okay, auf der Seite jetzt bin ich angemeldet. In dem Fall war ich jetzt vielleicht nicht angemeldet, aber es passiert auch, wenn ich angemeldet bin. Vielleicht liegt das noch am Browser oder so. Hier diese Banu-Nachricht, die wir bekommen haben. Im Stream hatte ich es schon mal gezeigt. Naja, also das ist jetzt nicht so einfach die zu übersetzen für uns. Aber Leute haben da sehr viel Arbeit reingesteckt in ein auch öffentlich derzeit zugängliches Dokument und haben es in Englisch übersetzt. Also die haben sich wirklich, wirklich viel Arbeit gemacht. Credits gehen auf jeden Fall an die Leute, die wartet. Einen Moment, sie sind auch noch mal hier unten aufgeführt. Hier. Können da kurz Pause drücken. Krasse Leute, die ihr seht es nicht ganz. Ich blende mich mal kurz aus. Ist auch in der Videobeschreibung. Ich packe es glaube ich auch in die Videobeschreibung dann mal rein. Aber erst wenn es irgendwie fertig ist, nicht dass da alle rumfuschen können direkt. Es dauert jetzt sowieso jetzt ein paar Tage, bis das Video dann online geht. Und bisher konnte ich daraus jetzt noch nicht lesen, dass irgendwas Spezielles noch kommt. Die Spekulation ist nach wie vor, eventuell weist es auf einen Konten Banu-Konzept-Sell hin. Aber ich sehe es jetzt hier draußen noch nicht. Aber da verändert sich andauernd was. Ich habe es mir jetzt, die aktuellste Version habe ich mir jetzt auch noch nicht durchgelesen. Ich habe es mir vor einer Weile jetzt erstmal durchgelesen. Aber sie arbeiten noch aktiv daran. Ist nicht die einzige Gruppe, die daran arbeitet. Verschiedene Gruppen versuchen das zu übersetzen. Denn Banu kann man tatsächlich derzeit schon übersetzen. Warum ich jetzt diese Seite aufrufe? Weil wir und ich habe es schon im Stream mal erzählt, ich habe es schon auf unserem Discord geteilt und so weiter, als es passiert ist. Aber mir ist aufgefallen, ich habe es noch in keinem YouTube-Video gesagt. 300 Millionen, da sind wir jetzt drüber. Und ich sage diesmal nicht, wie ich das letzte Mal gesagt habe, 200 Millionen. Sorry, das war einfach nur ein Versprecher. Das habt ihr mich schon verziehen in den Kommentaren. Ich habe mich darauf hingewiesen, mir aber auch verziehen. Genau, wir sind jetzt bei 301 Millionen. Krass. Krass. Ich glaube, die haben den Alien-Sale nur gemacht, um da noch schnell drüber zu rutschen. Weil sie haben vielleicht gedacht, wir sind jetzt mit der Fleet Week nicht ganz drüber gekommen. Das war eigentlich unser Ziel. Komm, jetzt machen wir es mal schnell mit der Alien Week. Ballern wir mal kurz was zusammen. Nee, so war es glaube ich nicht, aber mit der Alien Week ist es jetzt quasi passiert. Was haben wir? Das hat, oh, wer war es im Discord geteilt? was Frees oder Soul Addicted? Schreibt gerne mal, damit ihr auch die Credits bekommt. Hier, dass er diesen Post von Reddit geteilt, wo man nochmal das Concept Art von, also der Concept Artist hat quasi, oder CIG hat ein ganzes Video erstellt, ein ganzes Modell erstellt, um darauf basierend Concept Art zu erstellen von der Nautilus. Und ich wünsche, das Video würde gerade laden. Ich lade nochmal die Seite neu. Und weg ist es. Man hat das Interieur gesehen. Von der Nautilus. Nun, schade, schade. Kommt auf jeden Fall in unseren Community Discord. Ihr seid herzlich willkommen, wenn ihr das nächste Mal das möglichst schnell mitbekommen wollt. Schade, dass es jetzt runtergenommen wurde, aber vermutlich war es eigentlich nicht öffentlich zugänglich, diese Information. Naja, das ist jetzt zu spät. Was ist das jetzt hier? Es ist Leakzeit. Wir kennen, also Leute, falls ihr keinen Bock auf Leaks habt, jetzt abschalten, denn jetzt kommen nur Leaks und davon noch eine ganze Menge. Star Citizen Leaks hat ja jetzt ein neues Videoformat eingeführt, wo sie nochmal ein bisschen in detaillierter auf Leaks und so weiter eingehen. Dieses Mal sind nicht nur Execute und Hater dabei. Hater bekannt als Hater 1,6,5 und der große Leakmeister, wenn man so will. der durchaus mal witzig ist, Informationen gut aufbereitet, sie auch validiert in der Regel und sich somit als eine sehr zuverlässige Informationsquelle für viele Content Creator, für viele Leute da draußen herausgestellt hat, die die Entwicklung gerne noch ein bisschen offener haben wollen würden, als sie vielleicht sowieso schon ist und vielleicht auch nochmal die eine oder andere Information einfach schon mal ein bisschen früher haben wollen. Wir kriegen ja nicht alle Informationen von CIG, die Evocati unterliegen einem NDA, wir bekommen auch die Informationen von den frühen Testern quasi so eigentlich offiziell nicht, aber durchs das sind es nichts eben schon und Ehre will mir ihre Gebüt. Aber diesmal, wie gesagt, ist nicht nur Execute und Hater dabei, sondern auch Digi360, ja, die Games, wer kennt ihn vielleicht, ich mag ihn persönlich als Content Creator sehr gerne, ich schaue ihn sehr gerne und genau, ich gehe jetzt auf dieses Video ein, wo auch wo die drei miteinander reden über Leaks, die Hater mitgebracht hat und die werde ich euch jetzt zusammenfassen, nicht alle, nur die, die ich für achtenswert halte, so mehr oder weniger und ja, es ist tatsächlich 53 Minuten lang, es ist schon ordentlich Content dabei, aber sie reden auch viel drum herum und so und schweifen auch ab und zu mal ab, also es ist, mein Video darüber geht jetzt keine 50 Minuten lang, keine Sorge noch, dieser Teil jetzt. So viel Ehre sollten sie nicht dafür bekommen, dass sie den Grab liegen? Finde ich, finde ich tatsächlich schon, das ist viel Arbeit, das zu validieren, denn sie liegen ja nicht einfach nur irgendwelchen Kram, sondern sie machen da, stecken da viel Arbeit rein, viel Aufwand rein, um die Sachen auch zu verifizieren, um den Discord am Laufen zu halten und die Informatik, dieses ganze Zeug informativ aufzuarbeiten und ob das jetzt ehrenhaft ist im Sinne von CRG gefällt das, das ist nochmal eine andere Frage, aber für uns Leute, die für eine offene Entwicklung bezahlt haben und CRG hält Informationen quasi zurück, hat manchmal einen Sinn, es ist auch denen ein gutes Recht, aber für die Leute wie mich und vielleicht auch ihr, die jetzt noch nicht abgeschalten haben, ist das eine gute Möglichkeit, um nochmal einen tieferen Blick reinzuwerfen und dafür halt die Fahrt zu laufen, ein paar nicht korrekte Informationen auch zu bekommen, aber oft, wie gesagt, haben sie sich auch als richtig erwiesen und deswegen gehen wir jetzt mal darauf ein, also zuerst das große, das große, auch das große Fragezeichen, denn da bin ich mir noch gar nicht sicher, ob das so stimmt, aber ich wollte es euch trotzdem mitteilen, weil ich es cool fände und ich will es euch zuerst gesagt haben, ich will, dass ihr es zuerst von mir bekommt, diese Information, ähm, eventuell gibt es demnächst ein Concept Sale von, Robert Space Industries, was ich schon mal fantastisch finde, von RSI, die Macher der Constellation, der Aurora und der Mantis und zwar ein Gunboat, also eventuell etwas in Richtung Hammerhead, aber von RSI, geil, genau, und auch von der MidiVac, von der Apollo, nicht von der MidiVac, aber von der Apollo, MidiVac und Trash, also das ist fantastisch, oder, wenn das tatsächlich stimmen sollte und wir bekommen da irgendwann im nächsten Mal ein neues Konzept, ich finde, die Hammer hat einen weiteren Vertreter verdient, also diese Kategorie von Schiff hat einen weiteren Vertreter verdient, da haben wir da ein bisschen Auswahl und dann hat die Polaris eventuell auch wirklich einen Bruder aus den eigenen Reihen, der sie verteidigen kann und natürlich auch sowas wie der Banker Carrier, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, was ich meine. Also, dann weiterhin, ich lade mal kurz die Zeit in, weil dieser Kreis im Hintergrund macht mich verrückt. Oh, guck mal da, eine Mercury Star Runner, was das bedeutet, ich kläre es gleich auf, nein, das bedeutet nichts, bedeutet nichts, es kamen nur ein paar Beschreibungen in die Spieldateien von der Star Runner und der Star Lifter, das ist aber nichts Besonderes, Leute, dreht nicht durch, deswegen habe ich es gleich gesagt, da drüben geht es schon, geht es schon ordentlich ab im Chat, ich mache aber mal groß hier im Hintergrund, dann kann man den Chat besser lesen, genau, also, heißt nicht, dass das jetzt mit 3.10 reinkommt oder irgendwas in der Richtung, nein, keine wirklichen News dazu. Delivering Missionen steht nicht auf der Roadmap, wurden angepasst, jetzt schon im Evocati Patch und es gibt auch neue und das ist so eine Sache, warum wissen wir nichts davon, warum steht das nicht auf der Roadmap, ich meine, es gab ja Roadmap Roundups in der nächsten Zeit, das wurde jetzt bestimmt nicht in den letzten anderthalb Tagen da reingeprogrammiert, vielleicht doch, vielleicht doch, ich meine, ich weiß es ja nicht, aber das sind so diese Sachen, warum ich Leaks gut finde, weil sie uns nämlich zeigen, was ist tatsächlich jetzt auch mal im Evocati-Bild drin, woran arbeitet CRG vielleicht im Hintergrund, was schon in den Detailen versteckt, was sie uns auch durchaus schon hätten sagen können, so, was hältst du davon, dass jedes Mal, wenn wir alle voll machen, eins mehr kommt, darüber reden wir später nochmal und meine Antwort wird vermutlich nein sein, ich finde es doch jetzt schon Leute, ich finde es doch jetzt schon, Mission, was wird an den Delivery-Missionen, die ja für viele Einsteiger vor allem sehr wichtig sind, geändert, erst mal Übersichtlichkeit, es steht ganz klar dann da, von hier zu dahin, richtig geil, einfach, hätte von Anfang an so sein sollen, ja kann jetzt jeder sagen, aber Hauptsache wir haben es jetzt, Hauptsache wir haben es jetzt und wir haben es ja oft genug auch im Stream angemerkt, aber nicht nur das, sondern es kommen auch verkettete Delivery-Missionen, das heißt man nimmt eine Mission an und die sagt dann, nimm dort auf, bring da hin, nimm dann dort das auf und bring es da hin und nimm dann dort das auf und bring es dann da hin oder nimm dort und dort und dort auf und bring da hin und ich nehme an, es geht auch nochmal umgekehrt, nimm dort drei auf und bring da und da und da hin, so dass man ein bisschen Abwechslung hat, aber auch direkt ein paar mehr Delivery-Missionen am Stück machen kann, was super ist, weil es manchmal auch sehr deprimiert, wenn man super weite Wege macht für teilweise nur ein einziges Paket. Man kann sich das zwar auch jetzt schon planen, aber es ist sehr aufwendig und diese verketteten Missionen einzufügen, finde ich eine gute Sache. Ich hoffe man wird auch etappenweise bezahlt und nicht erst am Schluss, denn wenn da zwischendrin ein Server-Crash ist, lohnt sich dann letztendlich doch mehr einzelne Missionen anzunehmen. Sache ist, die dann nochmal kommt. Außerdem, Refineries, davon war jetzt zum Beispiel im aktuellen Evocati-Bild eventuell schon mal eine kleine, keine Version wirklich drin, aber das UI davon war schon drin und das hat ein paar Sachen verraten. Erstmal natürlich, dass sie wirklich aktiv an Refineries arbeiten und wie sie so ungefähr funktionieren könnten. Und zwar so, dass ihr irgendwie an Stationen mit unterschiedlichen Stärken eure Sachen bringt. Der eine kann vielleicht das besser verarbeiten, die andere kann das schneller verarbeiten und so weiter oder günstiger und dann bringt ihr das dahin und könnt dann auswählen zwischen verschiedenen Verarbeitungsmodi. Ihr habt irgendein Material, gebt ihr rein und sagt dann, ich möchte sehr schnell und schludrig das gemacht haben, dann kostet es vielleicht dementsprechend wenig, aber die Qualität wird nicht so gut oder generell das, was da rauskommt, wird nicht so gut und ihr sagt, super langsam, super hochqualitativ oder super schnell und super hochqualitativ und das hat dann eben unterschiedliche Preise und ihr könnt so eine Wertschöpfung betreiben. Was geil ist, oder? Also finde ich gut, finde ich sehr schön zu hören, dass sie daran arbeiten. Auch da, schade, dass es in der Form so noch nicht uns mitgeteilt wurde von CIG offiziell. Wäre ja durchaus möglich gewesen. Ich meine, manchmal sparen sie sich natürlich auch Content auf, um sowas wie in Star Citizen zu packen oder in Star Citizen Live. Das geht natürlich auch, aber hey, die Information ist da. Sag ich sie euch doch, oder? Oder die Spekulation ist da. Ja, immer mal alles hier nochmal mit einem Körnchen Salz nehmen. Außerdem, ganz, ganz wichtig, wir haben jetzt den offiziellen Namen der Player Trading App bekommen und zwar heißt die Citizen Trading App. Im MobiGlass dann ab 3.10 verfügbar. Ihr könnt Merits und AlphaUSC damit an andere Spieler schicken. Cool, sehr cool, wirklich. Und das bedeutet, bestimmt wird sich demnächst die Abkürzung CTA etablieren. Also, falls ihr demnächst hört, ja, schickt mir das mal über CTA Citizen Trading App. Eventuell. Außerdem, erinnert ihr euch? Und dafür habe ich ein Bild rausgesucht. Ah, das Messer hier? Ich glaube, es gab es mal bei einer CitizenCon. Ich glaube, das war mal, konnte man mal, gab es bei so einem Digital Goodies Pack von der CitizenCon 2018. Spekuliere ich jetzt einfach mal, dass das so war. Und das kommt mit 3.10 jetzt auch überraschend rein. Gut, nicht nur die Standardversion, sondern auch nochmal in drei Farben, also vermutlich ein Subscriber Item dann, das an die Subscriber dann eben ausgegeben wird. Die kriegen dann halt dieses Messer halt in unterschiedlichen Farben nochmal. Ja, gut, Messer, ich weiß nicht, ist jetzt nicht das lohnendste Item, was man als Subscriber eventuell erhalten kann, weil die in der Regel ja nicht so teuer sind im Spiel und momentan auch nicht, noch nicht ganz so viel sind eventuell ergeben, aber es ist doch, dann ist es was Besonderes. Und das ist jetzt auch kein großer Aufwand für CIG, das nochmal zu machen. Also warum nicht? Warum nicht? Und jetzt kommen wir zu ein paar Concept Sales. Also, der Greycat AOC, Greycat Rock, ist ziemlich sicher, dass der auf jeden Fall demnächst relativ weit oben auf der Concept Sales Liste steht. Ein bisschen weniger wahrscheinlich, aber immer noch eine kleine Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, die Isperia Talon. Talon. Also ein Terverin leichter Fighter. Vermutlich wird es ein Terverin leichter Fighter namens Talon von Isperia. Das heißt, große Waffen, ein bisschen Schild und sonst nicht viel mehr. Leichter Fighter. Das war auch zweit, es wurde mal gevotet, welche Concept Schiffe uns so am wichtigsten sind, da war der mit dabei. Ich glaube, er hatte nicht gewonnen. Ich glaube, gewonnen hat er das Boden Mining Vehicle, wenn ich mich recht entsinne, was dann in dem Fall der Greycat Rock ist. Aber die Talon kommt eventuell auch demnächst und am wenigsten wahrscheinlich, aber immer noch eine ganz kleine Wahrscheinlichkeit ist dafür ein Cargo-Chip der Shian. Ein schönes Cargo-Chip der Shian. Fände ich cool. Ein Schiff nochmal von den Shian zu haben, das wirklich auch nochmal einen guten Nutzen hat im Wurst, halte ich für eine gute Sache, auch wenn natürlich die Talon und auch dieses Shian-Cargo-Chip dieses eventuelle natürlich teuer sein werden, weil es Alien-Schiffe sind. Das ist immer so, das kennen wir so. Ja, nehmt es einfach mal mit, vielleicht freut ihr euch auf irgendwas davon und ein bisschen Freude im Herzen zu tragen ist ja nie was Falsches, wenn es dann tatsächlich nicht kommt, hoffe ich, dass ihr nicht zu sehr enttäuscht seid. Früher oder später kommt vermutlich alles, was ich hier gerade erzähle. Früher oder später. Ich glaube, für Squadron 42 wird ja auch ein Shian-Cargo-Chip gebraucht oder verwendet. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Pyro. Wir haben, das meinte ich vorhin, als ich sagte, 3.12, Pyro kommt vermutlich Ende des Jahres mit rein. Sie kommen da offenbar gut mit voran und sie schaffen vermutlich auch noch ihren Zeitplan rein zu rein. Das heißt, nicht nur Pyro kommt da natürlich rein, sondern hoffentlich dann auch die schönen Jumps. Ja, Jump Gates und Jump Gates. Ja gut, ein Jump Gate kommt vermutlich auch mit rein. Ja, aber auf jeden Fall könnt ihr dann endlich mal vielleicht die Scanning nach Sprungpunkten kommt noch nicht mit rein, aber auf jeden Fall könnt ihr dann schon mal das System wechseln zu Pyro. Aber Pyro kommt nicht komplett mit rein, die Ruined Station wird wohl dann noch fehlen. Das bedeutet, in Pyro sind dann leere Planeten und die Krabbe wird bis dahin vermutlich auch noch nicht fertig sein und das System wurde ja ausgeschlachtet, deswegen ist es ja verlassen. Also eventuell nichts ohne Ruined Station, aber vielleicht sind ja trotzdem ein paar Außenposten hinterblieben, vielleicht packt es ja zumindest ein paar Außenposten rein, sodass man da eventuell die eine oder andere Mission trotzdem machen kann. Vielleicht eine lange Lange Liefermission von Stanton nach Pyro oder umgekehrt, irgendwas werden sie sich schon einfallen lassen, sie werden sich da nicht lumpen lassen und irgendwelchen Content da reinpacken, auf jeden Fall, ansonsten gibt es einen großen Aufschrei. Ey, wir haben Pyro, ja, aber da will ich nicht hin, da kann man ja nichts machen, da kann ich ja nicht mal auftanken, gibt es ja keine Station. Irgendwas wird reinkommen und wenn auch teilweise nur behilfsweise, aber ist es schön, Pyro dann endlich mal zu haben, endlich mal ein neues System zu haben im Spiel. Würde mich sehr freuen. Was vermutlich, was eventuell es noch schafft, aber weniger wahrscheinlich, ist der Vulcan G12 Renderer. Also nicht die Vulcan das Schiff, sondern eine neue Technologie, die ein bisschen was wieder verbessert im Hintergrund und für uns dann aktiv. Ja. Jetzt noch ein kleiner Ausblick auf die Archimedes Emerald Version. Wollen wir uns die angucken? Ja, okay, erst mal das hier. Gut, dass ich es mir so angeordnet habe, dass ich auch nichts vergesse. Hier, da seht ihr die neue, so sieht das neue Zielsystem für Türme aus. Ich weiß nicht, ob man diese Linie, die ihr hier in der Mitte seht, auch ganz normal dann beim Zielen hat. Ich fände es jetzt nicht schlimm, aber es ist cool. Es ist cool, guck mal. Alles hier natürlich mit PH, das steht für Placeholder, das heißt, es bleibt dort nicht, das wird sehr, sehr wahrscheinlich noch geändert. Ja, können wir mal kurz gucken, wie das hier so aussieht. Ja, okay, gut. Müssen wir da mal abwarten. So, und hier sehen wir sie jetzt endlich. Und ganz ehrlich, hat es zu wenig Grün, oder? Also ich meine, ich fand den Skin, den sie gezeigt hatten, nicht so hübsch, so den sie auf diesem Vorschau gezeigt hatten, so komplett grün, aber so mit diesen Akzenten und mit dem Orangen-Cockpit. Ich finde irgendwie, der sieht nicht so, sieht er nach Minze aus, als nach St. Patrick's Day. Oder wie heißt er noch mal in Lore? Äh, ja. Nein, die hat keinen Quantum Drive. Ich gehe auch gleich noch auf alle anderen Kommentare rein. Ähm. Ja, also für mich, ich finde es nicht hübsch. Ich fand es auch vorher nicht hübsch, aber das finde ich jetzt auch. So, ja, dann wenigstens macht es ja doch komplett grün. Die Leute haben sich grün gewünscht. Jetzt kriegen sie hier Silber. Die kleinen Akzente fallen noch kaum auf und besonders gut sieht es vom Nahen dann eventuell auch nicht aus. Ist ja Geschmackssache, ist jetzt meine, ist jetzt meine Wahrnehmung. Äh, ihr, wenn ihr das toll findet, dann gönne ich euch das und darum geht es ja auch, ne? Einem kann ja nicht alles gefallen. Ansonsten sehe ja auch alles gleich aus. So, wenn ihr den gleichen Geschmack hätte. Also, das, äh, waren, waren meine Infos für heute. Das war ja jetzt wirklich eine ganze Menge. Ich hoffe, auch wenn ich zwischendurch vielleicht mal ein bisschen durcheinander komme. Ihr verzeiht mir das ja meistens. Generell muss ich auch nochmal ganz ehrlich sagen, ähm, euch hat das letzte Video offenbar gefallen, wo ich auf eure Kommentare eingehe. Ihr habt es genauso wahrgenommen, wie ich das wollte. Das ist mir wirklich wichtig und so viel bedeutet, dass ihr mir Kommentare schreibt und dass ihr mir Likes gebt und dass ihr so viel interagiert und dass ich das wertschätzen will und euch die Anerkennung dafür geben können. Solang es geht, solang es geht. Klar, wenn ich dann jeden Tag tausend Kommentare kriege, dann kann ich die auch mit zehn Videos am Tag nicht richtig covern. Aber solang es geht, kann ich, kann ich das ohne irgendwie, ohne ein Auswahlverfahren einfach wirklich mal durchgehen. Und das werde ich jetzt gleich auch im Chat machen. Mal auf alles eingehen. Soll ich dir noch mehr Kommentare schreiben? Ja, aber doch, ja, natürlich. Ich freue mich da immer drüber. Dann kann ich schön mich auf die Toilette hocken und Kommentare lesen. Ich antworte da nicht immer gleich drauf, aber ich lese alle. ich lese jeden Kommentar. Und wenn ich nicht darauf antworte, je länger ich nicht darauf antworte, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es entweder vergessen habe oder dass ich es in dem nächsten Antwortvideo mit rein nehme. Also seid nicht traurig, wenn ich mal nicht direkt antworte und ihr seht, ich habe schon auf andere Kommentare geantwortet. Vielleicht habe ich euch, vielleicht seid ihr nur auserwählt. Vielleicht habe ich es auch einfach vergessen. Wenn ich lange nichts dazu sage, schreibt gerne nochmal, ey, du hast nicht auf meinen Kommentar geantwortet. Macht einen neuen Kommentar unter ein neueres Video oder so. Dann bekomme ich das wieder angezeigt, weil manchmal geht den YouTubers unter. Ist nicht das beste Kommentarverwaltungssystem, was sie haben, aber ist ein bisschen besser geworden. Ist auf jeden Fall jetzt übersichtlich geworden. Abend, Buddy. Das war es jetzt mit diesem Video für YouTube. Im Stream geht es weiter. Wir haben heute noch viel Spaß, denke ich. Und wir sehen uns dann, auf YouTube haben wir natürlich auch noch viel Spaß. Klickt auf die neuen Videos und so weiter. Und vielleicht ist das nächste, was ich jetzt aufnehme, dann auch schon wieder draußen, wenn ihr das jetzt gerade guckt. Also wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald.